Ich wollte Ihnen noch ganz herzlich persönlich gratisieren. Und ich freue mich, dass ich heute hier den Hauptteil der großen Tim-Ulrichs-Retrospektive eröffnen darf. Der andere Teil ist im Sprengel-Museum, heute Nachmittag vom Oberbürgermeister Weil eröffnet worden. Und Frau Lorenz, wie es schon darauf hing, dort im Sprengel-Museum waren es drei Männer, die geregelt haben, wir drei Frauen. Das mag Zufall sein, wir eigentlich jetzt, das mag Zufall sein, wenn Tim-Ulrichs die Verantwortung gehabt hätte für die Veranstaltung, und dann wäre wahrscheinlich eine künstlerische Konzeption dahinter. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich meine der ältesten Kunstvereine in Deutschland mit diesen wunderbaren Räumen, die, glaube ich, sind so schnell durchgegangen, eine sehr, sehr schöne Präsentation der Arbeit ermöglicht. Das ist von der technischen Seite, was man erreichen will, perfekt. Aber vom Aussehen ist es ziemlich, ja, ziemlich ungespült, was auch den Eindruck des Parks im Winter nicht gerade belebt. Und deswegen die Idee, dass diese Umhausung von einem Künstler, der sich für Umhausung interessiert, der künstlerisch mit Umhausung und mit Tarnbemalung gearbeitet hat, dass er das sozusagen als Objekt nimmt und gestaltet. Da dort gebaut wird, wie Sie alle wissen, die Straße wird gebaut und am Gebäude wird gebaut, und deswegen musste dieser teure, dieser empfindliche Kaltstein, dieser französische, geschützt werden. Also war das jetzt umhaus, auch über den Sommer, quasi ganzjährig. Und deswegen war es nicht möglich, das zu gestalten, der zu gestaltet wird. Das heißt, von unserer Seite wird sozusagen das dem Rundesjahr, das Jubiläumsjahr, noch in das Jahr 2012 mit gegenüber bezogen. Und in diesem Jubiläumsjahr ist das der Höhepunkt, die Eröffnung dieser großen Ausstellung jetzt, heute. Aber es haben sehr viele Aktivitäten stattgefunden, auch in anderen Bundesländern außerhalb Niedersachsens. Und ich denke, das ist auch ein Zeichen der Anerkennung. Anerkennung für den Künstler, für sein künstlerisches Werk, für sein Nachdenken, für sein Weiterdenken, für seine Einfälle, für seine feindlichen Einfälle, für seine tiefgründigen Einfälle. Das hat das Land honoriert mit einem Orden im Jahr 2001 mit dem Niedersächsischen Staatspreis. Und ein Orden, oder eher eine Bezeichnung, ist auch, glaube ich, für einen Künstler nicht ganz uninteressant. Aber am interessantesten und am wichtigsten ist eigentlich, dass man die Werke anschaut, dass man darüber nachfragt, dass man das total auch kritisch reflektiert. Das ist das Wichtigste. Und in Vorbereitung auf heute hatte ich in meinem Haus gebeten, dass man hier einige Bücher, Kataloge und anderes zu Tim Ulrichs auslegt. Das haben sie auch gemacht. Das war ein ganzer Stapel. Und auf jeden klebte ein fetter Zettel, wo drauf stand, bitte zurückgeben. Um deutlich zu machen, dass er viele Gründer hat, auch im Kulturministerium. Aber heute geht es um die Eröffnung dieser Ausstellung. Und ich hatte als letztes dieses Rotan-Projekt erwähnt. Und, meine Damen und Herren, 1890, da war diese Skulptur des Rotan nicht da, wo sie jetzt ist, sondern die war unter der Treppe des damaligen Provinzialmuseums. Und dieses damalige Provinzialmuseum mit dem Rotan, das war hier. Das war hier in der Sophienstraße. Und damit, meine Damen und Herren, schließt sich schöner Kreis. Ich wünsche uns allen heute eine schöne Ausstellungseröffnung. Und der Ausstellung, das muss man fast gar nicht wünschen, das wird funktionieren. Viele interessierte Besucher. Ich habe gestern die doppelte Zeit verbracht mit dem Rednerin. Es soll auch jetzt nur genug Zeit, aber ich wundere mich, dass so viele gekommen sind. Und ich wundere mich, dass ich sogar selber gekommen bin. Tun Sie bitte so, als würde ich gar nicht da sein und lasse mich in Ruhe. Autogramme kann ich sowieso in Katalogen noch nicht gehen, weil er noch gar nicht da ist. Aber fass. Ja, aber fass. Und das ist, ich wiederhole, ein Standardlern zu meiner Person oder zu meiner Person unbedingt zu empfehlen. Ich habe auch fast alle Korrekturen selber gemacht. Die Rechtschreibfehler der Autoren. Ausführlich gemacht. Und die Diskussion auch mit dem Verlag hat, der seine Hand angesehen ist. Und der auch für die weltweite Verbreitung des Kataloges und damit auch meines Namens und meiner Kunstsorg. Und heute, ich habe mit denen auch Manti Strauss ausgefochten, damit deren merkwürdige Rechtschreibregeln sich mit meinen irgendwie koordinieren lassen. Das war nicht so ganz einfach. Und ich war nicht daran, den Druckauftrag zu entziehen, obwohl hier gar nicht das so befugt war. Aber es ist alles zu einem guten Ende gekommen. Und man wird auch, wenn es so gut läuft, im Nachhinein, dann, wie soll ich sagen, man verzeiht ganz gerne die Stresssituation, die es reiche gegeben hat. Mit Ihnen, mit einem, mit einem, mit einem, mit einem, mit einem. Ich weiß auch nicht, an wen das liegt. Also wahrscheinlich an mir am wenigsten. Aber irgendwie passiert das. Und es ist doch zu einem guten Ende gekommen, was alle erstaunt. Er hat sich die Sonne noch nicht ganz fertig, aber so gut wie fertig. Und deswegen freue ich mich und hoffe, dass ich mich auch jetzt auch entspannen darf und zurücklehnen. Und wenn dann nachher, also weitere Arbeit kommt ja schon, mit diesem Wotan-Denkmal. Ich habe schon einen Arbeitstitel, der NATO-Wotan. Das sind ja ein Paländromen, Intelligenz, man kann das vor und rückwärts lehnen. Das soll auch mit Tarnwunsch danach zu tun haben. Also ich werde ihn wegtan, damit der Ministerpräsident, die wechselnden Ministerpräsidenten, muss man ja sagen, daran keinen Anschluss mehr zu nehmen haben an dieser Haube. Also es geht weiter, das Leben geht weiter, die Kunst geht weiter und dann nachher geht die Musik weiter. Ich habe auch Platten mitgebracht, die besten Rock'n'Rot Platten aller Zeiten. Ich werde sie gar nicht, wenn ich noch physisch in der Lage bin, dazu noch selber auflegen. Und deswegen kann es durchaus ein längerer Abend werden. Und ich wünsche Ihnen ganz herzlichen Spaß dabei. Und ich bedanke mich bei den Rednerinnen hier und den Herren drüben. Und kommen Sie oft wieder. Und ich hoffe, dieser Erfolg wird nicht so schnell getroffen von jemand anderem. Und ich wünsche Ihnen ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.